die aufnahme wurde begonnen na prima hallo herzlich willkommen auf meinem kanal hier ist wieder und ob sie ich nehme euch heute mit auf die fängnis insel scum ja freunde auch wenn es nicht so aussieht aber das ist kann wir sind mit der drohne unterwegs zur neuen location der stadt und schaut euch das an mit eigenen fluss und soja die stadt ist so riesig ich könnte nicht gedacht dass die auf ihre karte passt oder ihr könnt ihr dachte dass eine extra karte aber ist nicht guckt euch hier an die 4 d 3 c 3 d 4 c 4 da liegt die drin und die haben so ein herrlich stück hier in ihr sauber wie gesagt um die stadt zu erkunden da brauchst du ja schon ewig schaut euch das an bin schlichtweg überwältigt und was ich ja noch am coolsten finde es sieht wirklich so aus als wenn man die gebäude begehen könnte ja denn diese nicht nur so leer dahingestellt sondern guckt euch an da ist überall war drinnen manieren ja tatsache und wenn wir jetzt hier so unbehelligt rumfliegen heißt das nicht dass hier keine zombies sind war die sind halt nur für die drohne nicht sichtbar ich kann mir nicht vorstellen dass sie alle friedlich ist aber wie ihr in meinem letzten video gesehen habt die tauchen auch im haus auf ja zombie in der haus nennt man bitte tja mir fehlen die worte also ihr könnt mir schon vorstellen dass sich hier viel drin abspielt auch von der spielergesellschaft her ja also jeden wird es natürlich hier erstmal herziehen und dann ist die frage wie sieht sie aus mit dem clean kann man hier irgendwelche türen verschließen sich verbarrikadieren einziehen oder 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 wer ja denkt man dass man hier in so einem hochhaus hier mal gucken wir mal was sagen wir mal wir suchen uns hier oben jetzt eine stube aus im zwanzigsten stock da sind zimmer und schließt das ding zu könnte ich mir gut vorstellen in zwei kisten alle klar freunde erkundet die karte selber das soll es gewesen sein ich wollte euch nur ganz groben überblick verschaffen damit ihr wisst von was wir reden wenn wir sagen hier ist eine neue stadt entstanden kommt ins spiel schaut euch die weiblichen zombies an ich kann euch sagen das ist eine pracht und ansonsten bleibt mir wo entschuldigt die qualität des letzten videos ich gelobe besserung und möchte besser aufpassen und dann würde ich sagen schaltet wieder ein wenn du sie unterwegs ist eventuell mit seinen verrückten freunden ja alles klar in diesem sinne schön mit sagt euer onkel ob sie